Herzlich Willkommen bei MetalAlterTV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger und Nemophiler haben es mal wieder getan. Sie haben eine Band gecovert, mit der sie auf Tour gehen, nämlich die Band Slang. Und sie haben den Titel gecovert, den ihr hier unten im Titel seht. Ich übersetze euch das mal ganz kurz ins Deutsche. Der Titel heißt, Was verstehst du unter Nichtstun? Was ändert sich an dir, der du nichts tust? Was ändert sich? Keine Ahnung. Wir hören jetzt Nemophiler mit einem Hardcore-Song. Und ich würde sagen, lass uns nicht großartig quatschen. Lass uns was tun, sondern da reinhören. Los geht das. Ja, Punk-Optik. Ja, sehr nah am Original dran. Sehr geil. Soll, 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 soll. Soul, 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 Soul Soul, 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 Soul Ja, kurzer Song, kurz und knackig, wie man es von diesen Hardcore Songs gewohnt ist. Slang Cover mit dem Titel, jetzt muss ich nochmal gucken, was es genau heißt, wo habe ich es denn, da habe ich es, was verstehst du unter Nichtstun, was ändert sich an dir, der du nichts tust, ja, ich finde den Song geil, ich muss sagen, Nemophila machen mir eh immer Spaß, ihr seht das ja in meinen Reactions, das hier wird nur ein relativ kurzes Video, weil der Song halt nicht kurz ist, der dauert eine Minute 36, vom Slang ist der nicht viel länger, ich glaube, der dauert dann ziemlich genau, genauso lang und auf den Punkt sogar und das finde ich geil, Nemophila kann man ja viele Lieder akut, halt von den Bands, mit denen sie auf Tour sind, bei Slang das gleiche, ich habe mir den Song vorher angehört, kannte den noch nicht, aber ich muss sagen, ich stehe auf Geballer und hier auch Voracious, könnt ihr euch da auch gerne mal anhören, ist auch eine Geballer-Band aus dem Ruhrgebiet und ich muss sagen, ja, geil, ich bin überzeugt, wenn Nemophila hier mal auf Tour kommen, ich gehe hin, definitiv, da gibt es kein drumherum reden, Nemophila muss sein und was haltet ihr von Nemophila, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr dabei seid, like und Abo nicht vergessen, ne, und ich trinke jetzt noch ein Schluck von meinem Energy, weil kenn ihr das? Ich wollte mir eigentlich diesen Energy Eistee holen, ne, diesen süßen ähm, und von, 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 ähm, hier quasi der so aussieht, ne, das hier ist aber der Nitro, das ist so ein auch Pfirsich, aber sauer aber der, 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 der Eistee sieht genauso aus, egal müssen wir jetzt nicht darüber reden das war ein Fehlgriff, ich dachte da ist, kommt jetzt, äh, Eistee, ne, jedenfalls Nemophila, geile Band, wenn ihr auf asiatische Bands steht und meine Reactions dazu sehen wollt, äh, es gibt eine Playlist hier auf Spotify auf meinem Kanal, wo ich auf asiatische Bands reagiere, es gibt in meiner Infobox unten eine Spotify Playlist mit asiatischen Bands und deren Musik natürlich, schaut euch das gerne an, und was bleibt mir sonst noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und, äh, bleibt gesund!